Bist du schon mal VW Passat gefahren und fand den richtig gut? Ich schon. Es ist halt so eine Allzweckwaffe für alles. Für den Vertreter oder aber für den Familienfreund oder aber eben den Freizeitliebhaber. Alles geht schlicht und ergreifend in den Passat-Variant rein. Er fährt unheimlich komfortabel, du kommst von A nach B völlig entspannt und musst dir keine Sorgen um irgendwas machen. Also so ein Rundum-Sorglos-Paket fehlt irgendwie im Elektro-Bereich, oder nicht? Der Volkswagen hat jetzt die Idee und sagt, komm, lass uns einfach den VW ID.7 als Limousine zum Kombi umbauen. Und hier steht er, der ID.7 Tourer. Praktikabel soll er sein, effizient soll er sein und schick soll er ebenfalls sein. Also im Grunde alles, was der Passat bis dato konnte und kann, soll der ID.7 Tourer auch können, nur dass er eben voll elektrisch ist. Und damit herzlich willkommen hier bei UBI testet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu diesem Video mit mir, dem UBI und dem neuen VW ID.7 Tourer, den wir uns jetzt gemeinsam statisch heute anschauen. Wenn ihr Lust dabei habt, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, ein Abo dem Ganzen zu schenken und mir eure Meinung zu dem elektrischen Kombi unten in der Kommentarbox zu hinterlassen. Und auf geht's! Bis zum nächsten Mal. Den ID.7 als Limousine hatte ich euch bereits schon vorgestellt im ersten Fahreindruck. Da hat es kräftig geregnet. Jetzt steilt die Sonne ein bisschen auf dieses hellblau lackierte Blechkleid des neuen ID.7 Tourer. Mir gefällt übrigens die Farbe hier richtig gut. Also das ist so ein schönes helles Blau, was gut leuchtet und auch mit dunklen Lichtverhältnissen sehr gut klarkommt, weil das Auto so ein bisschen eine Strahlkraft dadurch bekommt. Die Strahlkraft bekommt er auch, wenn man dann die optionalen IQ-Light genannten Matrix-LED-Scheinwerfer ordert, denn dann gibt es jetzt auch beleuchtete Logos an Front und am Heck. Das sorgt dann nochmal für so einen kleinen eigenständigen Charakter, auch als Nachtsignatur. Interessant ist auch, dass das Fahrzeug unverändert in der Länge geblieben ist. 4,96 Meter, der Radstand von knapp 3 Metern ist ebenfalls unverändert geblieben. Und wenn wir uns das Seitenprofil einmal genauer anschauen, dann fallen uns zwei Dinge auf. Zum einen, wir haben jetzt eine Dachreling hier oben drauf. Und dass das Dach jetzt natürlich deutlich geradliniger verläuft und somit dann eben auch mehr Kopffreiheit im Fond mit sich bringen soll. Ob das der Fall ist, das sehen wir natürlich gleich. Am Heck sehen wir weiterhin diese durchgängige Lichtleiste, die man hier vom ID.7 auch kennt. Die wurde hier auch beim Tourer übernommen. Wir sehen auch hier einen nicht allzu schrägen Heckabschluss, sondern es ist schon Kombi-typisch ein bisschen steiler geworden. Dennoch musste man natürlich aufpassen, dass man hier den CW-Wert, also den Luftwiderstandswert hier, nicht deutlich verschlechtert gegenüber zur Limousine, die bei 0,23 lag. Hier, der Kombi liegt jetzt bei 0,25 und ist weiterhin ein extrem effizient oder windschlüpfriges Fahrzeug. Schauen wir dem Kombi natürlich jetzt einmal hinter die elektrisch öffnende Heckklappe. Dann sehen wir auch hier einen richtig großzügigen Kofferraum und zwar 545 Liter ist das Standard-Laderaumvolumen. Das ist deutlich größer dann als die 515 Liter bei der Limousine. Wir können das Ganze durch eine Cargo-Stellung der Rücksitzlehnen, die etwas steiler aufgestellt werden, sogar auf 609 Liter erweitern. Oder aber, wenn wir die Feder vorgespannten Rücksitzlehnen in dem Fall jetzt hier umlegen, dann sehen wir, dass wir eine fast ebene Laderaumfläche haben und bis zu 1714 Liter durchladen können. Und eine Maximallänge von 1,98 Meter ist sogar ebenfalls gegeben, wenn ihr extrem lange Gegenstände einladen wollt. Zum Beispiel Baumarkt, Einkauf der übliche oder sonstige längere Gegenstände, die ihr in eurem Fahrzeug unterbringen wollt. Wir sehen auch hier noch den Schalter für eine Anhängerkupplung, die hier rausgeht. Das bedeutet natürlich, wir haben nicht nur eine Stützlast von 75 Kilo, sondern die Zuglast ist natürlich auch essentiell wichtig bei einem Kombi. Hier sind es 1400 Kilo Zuglast bei 8% Steigung. Das ist wichtig. Bei 12% Steigung sind es dann 1200 Kilo. Es soll allerdings noch eine Variante kommen mit höherer Zuglast. Und man verspricht uns sogar, dass die Zuglast auch noch weiter nach oben skaliert werden soll zum späteren Zeitpunkt. Also man ist hier schon dran, die Bodengruppe weiter zu ertüchtigen für mehr Zuglast. Man weiß natürlich um die Einsatzgebiete solcher Fahrzeuge und die ist eben auch im Freizeitbereich zu suchen, im Zugbetrieb. Ziehen können wir heute allerdings nichts. Dafür kann ich mich in den Fond einladen und deswegen gehen wir jetzt mal zur Sitzprobe in den Fond des ID.7 Tourer. Die drei Meter Radstand sorgen nicht nur, wie vermutet, für echt tolle Platzverhältnisse, sondern in der Tat, wie man sieht, hinter meinem imaginären Ich, und ich bin 1,78 groß, sieht man, ich habe hier Tanzsaal-Kniefreiheit. Da kann dann wirklich noch das eine oder andere passieren. Ich kann fast die Füße ausstrecken, die passen sogar unter den Vordersitz. Die Fondsitzbank ist ein bisschen eher für zum Viersitzer ausgeformt. Gerade die Außenpositionen hier haben so ein bisschen diesen üblichen Sitzcharakter fast schon wie vorne. Man sitzt so ein bisschen hier schön in das Fahrzeug integriert. Ich persönlich hätte gesagt, vom Eindruck her ist es so, als ob man in einem normalen Sitz vorne sitzt, hier hinten. Das ist natürlich äußerst angenehm. Isofix-Positionen gibt es an den Außenpositionen und am Beifahrersitz. Zudem gibt es hier eine Mittelarmlehne, die ein bisschen nach unten durchhängt. Irgendwie könnten die ein bisschen höher sein, finde ich, aber gut, okay. Wir haben Luftaustritte hier in der Mittelkonsole. Wir haben Sitzheizung für die Außenpositionen und zwei USB-C-Anschlüsse. Zudem noch mehrere Taschen für Smartphones oder Tablets zum Beispiel. In den Türtafeln auch sehr hochwertige Materialien. Wir haben jetzt hier das Lautsprechersystem Harman Kardon. Alle Materialien sehr hochwertig. Wir haben jetzt hier auch den Art Velour genannten Stoff drinnen. Das ist so Mikrofaserstoff. Alles fühlt sich hier drinnen auch sehr hochwertig an. Es gibt auch serienmäßig eine Netztrennwand, die hier hinter den Fahrersitz, also der Sitzreihe in der ersten Position, arretiert werden können. Das sorgt natürlich für zusätzliche Sicherheit und ist ein echter Daumen nach oben wert. Denn das sorgt dann dafür, dass man eben auch den Tourer wirklich als Kombi nutzen kann und eben bis zu den Vordersitzen sicher sperriges Gut einladen kann. Jetzt schauen wir in die erste Reihe und da gibt es ja nicht nur bequeme Sitze vermutlich, sondern auch das Infotainment-System zu erkunden. Der Fahrer und der Beifahrer fühlen sich hier in das Fahrzeug echt toll integriert. Wir haben hier auch entsprechend ausgeformte Sitze. In unserem Testmodell sind natürlich die Top-Sitze, die Ergo-Active genannten Sitze, die sind nicht nur elektrisch einstellbar, sondern bieten auch eine Sitzheizung, Sitzlüftung und eine Massagefunktion sowohl in der Sitzfläche als auch in der Lehnenfläche. Das Ganze kann sogar soweit eine Unterstützung sein im Alltag mit der sogenannten Wellness-App, die jetzt eingeführt wurde. Dazu gibt es dann drei verschiedene Programme zum Refreshen, zum Herunterkommen oder aber zum entspannten Nepp. Kann man dann eben entsprechend sich hier kurz ausruhen während der Ladepause. Wichtiger aber als diese App in meinen Augen ist eher der gute Seitenhalt und der hohe Langstreckenkomfort. Und das konnten wir ja auch schon beim Fahrbericht des ID.7 als Limousine herausfinden. Für mich ein echtes Highlight ist das kleine Display, was wir hier vorne drinnen haben. Es gibt kein echtes Kombi-Instrument mehr, sondern hier so lediglich ein kleines Info-Display. Zusätzlich mit dem großen Augmented Reality Head-Up Display und dem 15 Zoll Display in der Mittelkonsole ergibt sich so eine durchaus vielfältige und großzügige Informationsvielfalt während des Fahrens. So hat der Fahrer die Möglichkeit, das für sich richtige und wichtige Informationsmedium anzunehmen. Entweder das kleine Kombi-Instrumenten-Display, das Head-Up-Display oder aber eben das Media-Display. Das Lenkrad kennen wir so auch schon, dass wir immer noch die touchsensiblen Flächen hierfür erwenden. Ist für mich persönlich etwas schade. Hier würde ich mir jetzt die physischen Tasten zurückwünschen, wie man ja so oder so schon versprochen hatte. Sehr gut ist allerdings der Wählhebel hier für das Eingang Reduktionsgetriebe gemacht. Der ist als Lenkstockhebel hier hinter dem Lenkrad manifestiert. Ebenso auf der linken Seite dann der zweite Lenkstockhebel für Wischer und Licht. Die Licht- und Sichtinsel ist weiterhin links geblieben. Die kennt man mittlerweile bei Volkswagen auch schon. Neu ist jetzt ein 15 Zoll großes Infotainment-Display, was wir sehen und welches uns hier gerade die Wellness-App zeigt. Mit dem Home-Button kommt man jetzt entsprechend hier zurück. Die Menüstruktur ist jetzt deutlich einfacher geworden und der Prozessor, der dahinter steckt, der ist deutlich schneller in seiner Datenverarbeitung. Das sehen wir insbesondere immer schön beim Navigationssystem. Wenn man dann eben hier mal ein wenig auf der Karte herumspielt, dann sieht man eigentlich immer meist sehr schön, wie schnell sich hier die Daten auch aufbauen und verarbeitet werden. All das ist jetzt deutlich besser geworden. Wir haben hier oben Direktwahltasten und wir haben hier unten Direktwahltasten. Der Slider ist zudem auch jetzt endlich beleuchtet. Mit der Home-Taste kommen wir dann immer wieder ins Hauptmenü zurück. Dort finden wir die bekannt guten und großzügig bemessenen Kacheln wieder, wo wir dann direkt während der Fahrt auch problemlos die Bedienung übernehmen können. Kommen wir zum Thema Charging und da sehen wir nämlich hier auch schon etwas essentiell Wichtiges, nämlich die Batterievorkonditionierung, die hier möglich ist. Die können wir entweder manuell starten oder aber wir können sagen, das Ganze soll automatisch übernommen werden während der Routenführung. Dann wird die Akkubatterie entsprechend temperiert für ein optimales Ladeergebnis am Schnelllader. Die Verarbeitungsqualität hier im Innenraum ist sehr hochwertig. Für ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse ist das wirklich Premium Standard geworden. Das muss man auch mal so sagen. Das ist nämlich mittlerweile ja schon nicht mehr selbstverständlich bei Volkswagen. Das muss man sagen. Man hat da ja schon Tribut gezollt und auch vor allem viele Peitschenhiebe eingesteckt. von den Kunden, die gesagt haben, das ist nicht mehr echt State-of-the-Art Materialanmutung. Aber das hier, was der ID.7 bietet, das ist schon echt gut. Kunstleder, feine Stitching, tolle Verarbeitung, alles auch weich unterschäumt, super Materialqualität in der Türtafel auch unter anderem. Oder aber hier die Mittelkonsole sehr großzügig bemessen. Wir haben hier eine Induktiv-Ladefläche für das Smartphone. Man sieht sogar diese Riffel für etwas Wärmeableitung. Dann haben wir noch zwei USB-C-Anschlüsse. Apple CarPlay und Android Auto gibt es beides. Wireless an Bord. Zudem auch noch ein großes Ablagefach. Hier in der Mittelkonsole in so einem Schmetterlings-Styling. Da geht auch jede Menge rein. Also hier innen überzeugt der ID.7 auf ganzer Linie. Kommen wir zum Thema Antrieb beim ID.7. Den wird es als erstes als ID.7 Pro Tourer geben. Der hat dann die APP55 genannte Elektromaschine, die an der Hinterachse sitzt und auch jene antreibt. Mit 210 kW Leistung, 545 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Das reicht dann aus, um den ID.7 Tourer in 6,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. 180 kmh ist die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit. Geladen wird die 77 kWh netto fassende Antriebsbatterie. Dann am Schnelllader mit bis zu 175 kW. In 28 Minuten ist dann der State of Charge von 10 auf 80 Prozent absolviert. Dabei bleibt es aber nicht. Den ID.7 Tourer wird es dann auch als ID.7 Tourer Pro S geben. Der bekommt dann eine neue, vergrößerte Antriebsbatterie mit 86 kWh. Kilowattstunden, Entschuldigung, Kapazität und einem Ladepeak von 200 kW. Damit wird er ungefähr dieselbe Schnellladefähigkeit oder Zeit von 10 auf 80 Prozent schaffen wie das kleinere Akkumodell. Nichtsdestotrotz wird er dadurch auch ein bisschen schwerer und die Fahrleistungen verschlechtern sich um 0,1 Sekunden. Das bedeutet, der Pro S hat dann die 6,7 Sekunden dauernde Zeit von 0 auf 100 kmh. Wem das aber noch nicht reicht, für den wird es zum späteren Zeitpunkt dann noch die sportliche GTX Variante geben. Beim Preis, hat man gesagt, soll sich der Aufpreis fast schon pari zur Limousine halten. Man hält sich da weiterhin noch bedeckt und will erst kurz nach der Weltpremiere die Preise bekannt geben, wenn dann auch der Startschuss zum Bestellstart fällt. Mir gefällt der ID.7 Tourer unheimlich gut in der ersten Begegnung. Ich finde ihn optisch richtig gelungen. Er macht einen sehr schönen Eindruck. Er bietet auch genau das, was man eben vom VW Passat Variant kennt. Er ist so diese eierlegende Wollmilchsau. Er kann eben auch Langstrecke gut absolvieren mit Reichweiten von über 600 km kombiniert. Ist das natürlich dann gerade auch für Dienstwagenfahrer eben ein entscheidendes Argument, sich doch mal vielleicht sogar eben einen vollelektrischen Kombi zu bestellen, anstatt eben den Plug-in-Hybriden, die man ja unter uns gesagt wohl kaum lädt. Und ich hoffe, spannungsgeladen war das Video für euch und ihr konntet für euch das Richtige an Informationen herausfiltern. Ich bedanke mich nicht nur beim Daniel hinter der Kamera, sondern auch bei euch an den Bildschirmen und Smartphones fürs Zubeschauen von diesem Video hier bei Ubi Tested. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen noch ein Like da lasst und mir eure Meinung jetzt unten in der Kommentarbox hinterlasst. Lasst uns diskutieren über den ID.7 Tourer, über vollelektrische Kombis im Allgemeinen und was ihr davon haltet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.